Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Ich habe etwas anzukündigen und ich denke, ihr habt es vielleicht schon im Titel erkennen können. Es geht um eine Challenge. Ich habe schon bereits ein kurzes Video darüber auf meinem anderen Kanal gemacht, dem Leon Schatari Vlogs Kanal. Und die Challenge ist die folgende. Nämlich viele von euch wissen ja, dass mein Hauptbusiness Online-Kurse sind. Und ich sage immer wieder, wenn ihr Wissen habt und ihr könnt dieses Wissen weitergeben, dann unterrichtet auf jeden Fall auch Kurse, weil es das profitabelste Online-Business für Einsteiger meines Erachtens ist. Und ich möchte euch das Ganze beweisen. Genau deswegen habe ich folgende Challenge ins Leben gerufen und ich werde diesen gesamten Prozess in der Challenge Livestream auf diesem Kanal hier, dem Leon Schatari Vlogs Kanal. Was genau werde ich tun? Die Challenge lautet 500.000 in 100 Tagen verdienen. Damit meine ich vor allen Dingen folgendes. Wenn ich einen neuen Kurs rausbringe, das heißt eine Kursproduktion abschließe, dann mache ich ungefähr mit einer Kursproduktion 15.000 bis 20.000 Euro. Ich kann das immer nicht ganz genau kontrollieren, weil ich natürlich meine Kurse verkaufe auf Marktplätzen, wie beispielsweise Udemy oder dergleichen, zum Beispiel auch Lektorio. Ich biete meine Kurse auf meiner eigenen Plattform an und meine Kurse werden natürlich auch über alle möglichen Kooperationen verkauft. Und in dieser Challenge möchte ich in den 100 Tagen alle drei Tage einen neuen Kurs rausbringen. Und das Schöne ist, ihr könnt mich kontrollieren. Nämlich zum einen werdet ihr natürlich die fertigen Produkte sehen, das heißt ich werde jedes einzelne Produkt vorstellen. Ich werde es aber auch live in Livestreams mit euch teilen auf diesem Leon Schatari Vlogs Kanal. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diese Challenge begleiten würdet. Ein Link zu diesem Kanal befindet sich in der Videobeschreibung drin. Was genau wird jeden Tag passieren? Die Challenge startet bereits morgen und relativ früh. Ich denke mal, ich werde den ersten Livestream vielleicht so um 7 oder 8 Uhr morgens machen. Und ihr werdet mir praktisch dabei zuschauen können, wie ich die gesamten Kurse aufnehme. Wie ich vor allen Dingen auch an so eine Kursproduktion rangehe. Wie ich dann auch mit Kooperationspartnern zusammenarbeite. Welche Kooperationspartner ich nutze. Wie ich das alles vorbereite und so weiter und so fort. Es wird manche Tage geben, wo ich meinen kompletten Tag Livestream werde. Also zum Beispiel von morgens wirklich 7 Uhr bis dann nachts irgendwie um 24 Uhr. Und es wird andere Tage geben, wo ich dann halt einfach mehrere Livestreams jeden Tag mache. Weil ich natürlich dann auch manche Tage habe, wo ich einfach Coachings geben muss. Oder andere Termine wahrnehmen muss, wo ich jetzt nicht mit Livestreamen kann. Aber wie auch immer. Das heißt jeden Tag wird es hier auf diesem Kanal Leon Schatari Vlogs Livestreams geben. Es wird vor allen Dingen auch jeden Abend ein sogenanntes Recap Video geben. In dem ich euch einfach ganz genau zeigen werde, wie weit ich an diesem Tag gekommen bin. Und natürlich werde ich euch alle Produkte immer zeigen, die ich erstelle. Ich werde euch zeigen, wo ich die Produkte publiziere und so weiter und so fort. Das heißt, ihr werdet Schritt für Schritt alles lernen, was ihr auch braucht, um so ein Business aufzubauen. Und ich sehe das Ganze für mich so ein bisschen als eine Challenge. Vor allen Dingen aus voll dem Grund. Nämlich ich musste über die letzten Monate mein Online-Kurs-Business immer so ein bisschen zur Seite schieben und musste an anderen Dingen arbeiten. Jetzt habe ich mir aber die nächsten 100 Tage Zeit genommen, um mich wirklich wieder auf mein Online-Kurs-Business zu fokussieren. Und genau, damit ich euch nicht irgendwelchen Quatsch erzähle, werde ich das Ganze Livestream. Das heißt, dass ihr wirklich sehen könnt, was genau ich tun werde. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr mich auf diesem anderen Kanal, auf dem zweiten Kanal unterstützen könntet. Dem Leon Schatari Vlogs Kanal. Denn morgen früh geht es wirklich schon los. Und ich freue mich total auf diese Challenge, weil es für mich einfach unfassbar viel Arbeit sein wird. Aber ich glaube, es ist auch ein Experiment, das ich noch nie so wirklich gesehen habe. Es gibt natürlich viele Leute, die machen zum Beispiel so eine Challenge und sagen, so und so viel Geld in so und so einer Zeit verdienen. Aber die wenigsten Leute Livestreams tatsächlich auch. Das heißt, den gesamten Arbeitsprozess. Und genau das hoffe ich, wie gesagt, einfach zu tun. Morgen früh geht es los. Wie gesagt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich einen Link zu diesem Kanal. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Und dann sehen wir uns morgen wieder mal sehen, ob ich in dieser Challenge scheiter, oder ob ich sie tatsächlich hinbekomme. Und ich muss euch ehrlich zugeben, ich bin mir nicht zu 100% sicher, weil es halt extrem viel Arbeit ist. Ich weiß, als ich meinen Online-Kurs-Business startete, da hatte ich das schon mal hinbekommen. Ob ich es jetzt nochmal nach so vielen Jahren hinbekomme, das müssen wir sehen. Wie gesagt, ich danke euch und dann sehen wir uns morgen in der Challenge wieder.